Ich liebe ja schnell Autos. Besonders liebe ich Formel 1 Autos. Formel 1 Autos sind super schnell. Die fahren 300 Kilometer pro Stunde. Damit hängen die jedes andere Auto locker ab. Das kann weg. Zack und Schüss. Aber so ein Formel 1 Auto ist ja nicht nur super schnell. Das hat auch eine besondere Form. Guck mal hier. Die Form ist wichtig, damit das Auto beim Fahren auf dem Boden bleibt, nicht aus der Kurve fliegt. Aber wusstet ihr eigentlich, dass durch diese besondere Form ein Anpressdruck entsteht? Und dieser Anpressdruck ist so stark, ab 130 Kilometer pro Stunde könnte das Auto sogar schwupps an der Decke fahren. Kein Quatsch. Das geht nur mit dem Formel 1 Auto. Jedes andere Auto, da wird das nicht funktionieren. Egal wie schnell das Auto an der Decke fahren würde, würde immer runterfallen, weil es nicht die richtige Form hat. Tschüss. Und Autos, die von der Decke fallen, das will ja keiner.